Er hat eine Million im Jackpot gewonnen! Eine Million Dollar! Wir haben eine Konfetti-Kanone, die wir gleich zünden werden. Und wir werden jetzt zusammen ihm die Nachricht überbringen. Wie wird er reagieren? Er ist total arm und er wird einfach eine Million bekommen. Was würdet ihr mit einer Million Dollar tun? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da, wenn ich sowas öfter machen soll. Er war eben hier. Nein. Nein. Er ist nicht hier. Wo ist er? Hallo? John? Nein! Wenn er nicht online ist, dann nehmen wir einen anderen. Nein! Oh Gott! John, wenn du das hier siehst, du hättest eine Million gekriegt. Wo bist du? Wie viel Pech kann man haben, John? Ich habe hier eine Million Dollar für dich. Ja, und wir werden jemand Neues auslosen. Und wenn du dabei sein willst, spiel auf dem besten Java-Server der Welt. OPSuch.net und komm jetzt drauf.